all right leute los geht's turnierstart zack boom bang ja aber drei verloren drei nacheinander 94 29er truppen jawohl ja ja da kann man mal verlieren die marien ein haben wir noch offen dann müssen wir uns einkaufen blutiger krampf mach mal so waltz ist fertig gebraked very nice very nice oje oje ja mir bleibt ja ich kann kann eigentlich nur den zug machen okay das verloren ja war das ja echt mies ne wie mies ist das denn schauen ob da rot kommt kommt gelb da löst mika schon aus auf stufe 1 und sie wird uns jetzt eine verpassen nice schön 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 ok können wir nur hoffen dass da gelb kommt kommt nicht jetzt kriegen wir ja wohl ok ja das tue ich ne brauchen wir nicht drüber reden das tue ich dann machen wir den und kufu kommt hat er wieder standen schön dann kriegen wir jetzt eine gezimmert padam ja ok wenn es so lange dauert na dann ist halt drum drüben extrem ex古 kun du guk prop ich gehe mal so verarschung okay ich befreie mich erst mal von den steinen hier definitiv zu viel ich bin ja auch ein idiote da kommt geld das geht in optros schauen wir mal ob das reicht ja scheiße zu spät das ausweichen drauf aber ihn würde ich gern kennen okay ach fuck it komm grün grün und okay da habe ich karra noch mal an aber er lang darf das beenden ich muss die grünen steine wegspielen ich bleib so ich bleib so meine karra hätte ich vielleicht breiten sollen irgendwann mal ne das ist echt mies ein einziges match tun wir mal den gelben eins hoch spielen dann das ja jetzt wird er auslösen und ich habe nichts mehr das heißt wir machen die große kombo ach zum kotzen einfach spielen das dann so okay und dann muss er weg das war natürlich glück dass da jetzt die kombo noch reingekommen ist na aber glück braucht man halt auch so dann spielen wir das so okay das gehört dazu ne dass man ab und zu mal bordlack hat all right wir bleiben beim boni entfernen wir haben hier den ritter stehen und auch oberkahn machen erst die machen dann so hier machen dann so hier machen dann so hier machen dann so hier so so und holen und hier grün und gelb ein h okay oba kahn wird auslösen ah mein super und er ist noch nicht an alles zum kotzen ok dann machen wir das da alles drauf der wird sie killen ja und spielen dann so na klar na klar logisch wie sie ja natürlich wen sollst du sonst töten wen wir machen das so da kommt der hoch genau und er ist zumindest mal tot und dann haben wir zwei grüne matches alles so okay das war gut weil topas krieg hier nochmal an sogar auf zwei na scheiße habe ich da irgendwo die möglichkeit noch zum kotzen echte zum kotzen leute 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 das ist doch wieder abartig oder auf das messer schneide zwei grüne den boni muss ich entfernen ich gehe wieder hier drauf zurück nehme alucard mit wo ist er denn weil er ein bisschen schneller ist und wegen den minions von telluria aber wenn telluria da hinten in der ecke zum auslösen kommt das ding wahrscheinlich eh gegessen okay wir haben mal grün bauen uns einen diamanten denn machen wir auch und spielen dann erst das da geht ach das natürlich schau mal was weg ist er ist weg also halt was weg ist klar ist nur einer weg aber wie es aussieht machen ihn er ist gar nicht okay dann schauen wir was hier marth anrichtet und dann mein serendite auf drei da dürfte nicht mehr viel stehen ja dann klauen wir ihm alles was er hat aber er hat nur negative und dann war das natürlich ein sehr sehr geiles board okay das soll es gewesen sein top 5 aber ja so wie es da aussieht kriegen wir jetzt bretter ne ja euch gute steine auch für den krieg übrigens hier die ninjas können wir noch schnell reingucken ich werde hier ja vielleicht eine 10er machen ein schneller heiler 370 geboostetes also geboostetes leben kann übersteigen und plus 33 manarek ja ich werde eine 10er machen auf jeden fall ruby ist immer noch geil und er ist auch geil ja schneller tornt auf jeden fall mach mal eine 10er auf jeden fall aber nicht jetzt okay danke fürs zuschauen leute haut rein bis dann grüß gehen raus ah ist das überhaupt ne morgen oder 20 stunden ja morgen morgen dann machen wir die wahrscheinlich erst morgen die 10er haut rein bis dann dann euer eskan Amen.